hallo leute und willkommen zurück zum let's play in the moment online ja ich ich mache jetzt ein paar mehr sessions zum super mehr parts ganze session alles damit ich genug habe um eine woche durchzukommen mindestens so irgendwas was ich hier noch nehmen kann ich hoffe diese meldung von meinem bildschirm sieht man nicht da hinten ist eine box box mit dem ich jetzt gerne mir sprechen danke schade kein fass im fass ist leider nix so ich weiß nicht wie das ganz sicher nicht mit mann aussieht ich habe eigentlich keinen mann sie sehe ich nirgends was man darstellen könnte das tutu angeblich und ist das kostet die um um zumal im besten mädchen um deswegen Deswegen. Nutzloses Zeugs. Wo kann ich nutzloses Zeugs hin tun? Wo kann ich Sachen verkaufen hin tun? Ja, eigentlich hier. Das ist alles Zeugs, das ich nicht brauche. Sonst die Waffe brauche ich schon. Ich brauche wirklich irgendwie eine andere Ordnung. Da Sachen zu verkaufen. Es müsste eigentlich in Ordnung gehen. Sachen zu verkaufen müsste in Ordnung gehen. Auch wenn ich dafür nicht wirklich viel bekommen. So Equipment kann man eigentlich dann hier hinsetzen. Oder es ist hier solche Sachen. Schlüssel, so Sachen, die ich halt brauche. Die setzen wir mal ins Fünfte rein. Earthplay. Das ist wie dicht und mit dir zu reden. Was machst du? Wie ist denn die Use Alkohol? Was bei Use Alkohol? Was bei Use Alkohol? So. So, Tellitions decreased. Nicht schlecht. Alkohol Spils, Inนน Duscher. Noch mehr Alkohol. Das lassen wir mal. Dich trinke ich jetzt erstmal mal nicht. Ehm. Eisi in der Box schon. Ja. Okay, ähm, G1nei! Ich hab keine Ahnung, was er gerade ist eigentlich... Merchant... The Brewerb, I've got just what you're looking for, my shop and what it used to be, but I'm a shop... Was hat er denn angebracht? Successful... Kennen wir zur alten Seite... Moment... Coopering... 9... Auch nur 1, ey... Ehrlich? Du musst ja... Fürst nicht mehr rein, ey... Magic Bag... Wo ist der Unterschied zwischen dir... Äh... Content... Minus 20... Achso, und du bist minus 80, ne? Ja, ja... Magic Bag... Du bist minus 40... Das heißt, ich kann mich einfach ein bisschen leichter machen... So, Karten... Karten habe ich doch lieber gerne bei mir... Ähm... Mh... Kaufe ich dich? Ne, noch nicht... Lass mich mal laufen... Ähm... So, Karten... Lass mich mal laufen... Wollen wir... Die Karten von den ganzen Bereichen hier... Die sind glaube ich recht nützlich... Nein... Deswegen nehme ich die einfach mal mit... Die können sicherlich nützlich werden... Die Karten... Falls nicht, dann... Wegwerfen oder verkaufen... Die haben mich nur 1 Gold gekostet... Man sieht aber... Da... Ähm... Die... Lizenzmessen... Die... Sie warx ist... Di-prison... Weil ich glaube... Es würde sich jetzt weiß ich halt nicht wo ich war... und so aber... Die... 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 er kamen die so aus die ganze zu uns Tommy kämpft glaube ich weiter Der ist ja hinten irgendwo Was macht denn der? So, erledigt Wanderung fällt hoffentlich erstmal alle Nein natürlich laufen zum nächsten Was ist denn da, wo er nicht droht? Sollte Ja das ist ja gerade noch verletzt deswegen wollte ich mich eigentlich noch ausruhen nein, du müsstest ja irgendwo hinrennen die ganze zeit ich hoffe, ich habe die Warnung ich habe so viele Leben, ey jeder, der Engel wieder keine Güte ehrlich nein, meine Güte meine Güte, ey so, her mit euch, ausruhen meine Fresse ihr habt sonst nichts zu tun du Hund jetzt auch schon einmal verrät Tommi muss sich jetzt auch schon heilen die noch das Zeug das drin ist bis darüber anzünden hätte auch nicht mehr sein können die Leiche um ich muss jetzt hier umgucken ich habe dann viel übersprungen wegen denen Leiche ich habe ich glaube ich geplündert ehrlich das ähm nj so 2 und insgesamt 4 Schaden. Level Up! Baaast. Ich muss mir... ...Potion. Das heißt, ich muss mich jetzt eigentlich nochmal ausruhen. Aber vielleicht nicht hier direkt vorm Gate. Wer weiß nicht, die Nächsten rausgestimmt kommen. Es wurde erwähnt, dass die Truppen rausschicken. Dann müssen wir mal hier hin. Wenn ich mir sicher bin, dass hier irgendwas verpasst. Ich muss mich jetzt... ...Safety Home and those boots found me... ...on the streets. Ich muss grad... ...Gardskippers safe. Wir haben die Angreifer. Ich mussgga rausgehennen... ...M fucking an. Dinole- und Brüßen. Gämmel. Ach man, immer das gleiche. Ja, komm. Nee, die Richtung muss schneller. deswegen ist die karte recht praktisch kannst du viel schnelle entscheidung treffen welche richtung ist wohin schneller geht kommst mit ja nun aus also ich muss mich ja recht häufig aus ich bin kaputt hängen Sonderes sind es ist erlaubt zum Klinik ich bin Kostmann und das ist nicht um ja und jetzt wieder zurück nicht so Niederknüppeln und die Schuhe Nein! Leichen Nummer 1 Leichen Nummer 2 Ich durchsuche lieber immer alles Oh man Der macht verdammt viel Schaden Oh level up I can do it but It got wonky Sorcerer Intelligence Hm Ähm Intelligence So dann machen wir hier Pursewage Und gar nicht nählich Sie sind Sie sind Sie sind Sie sind Unis 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 Ich hätte dich gerne hochgemachen, das geht ja nicht Ich hätte dich gerne hochgemachen, das geht ja nicht Egal, okay, machen wir okay Flair Electric Joules Das war die Die Zirnige Nein Wie ist es Du Wies Ich besuchte mich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 k Kostos und hier sind auch mehr diesen das ist Das kann manchmal wirklich länger dauern, vielleicht noch nicht alle kennen. 2 attempts to strip all the magic effects from a single title, move creatures. Summon creatures habe ich ganz gut. Melves, Ace of Error, auch. Wie viel MP kostest du mich? Ne, die Level 2. Da steht es natürlich nicht. Plus 1 round, die Levels. Ich habe echt keine Ahnung, wie es hier eigentlich läuft mit den ganzen Sachen. Ne, ich glaube ich nehme mal hier Summon Creature. Kann ich eigentlich einen von euch nehmen. Shields Leap, True Strike, Magic Meusel. Voll, kann ich nicht. Ich bin einst. Ich bin einst. Es gibt sich eine Störung nach dem anderen, ey. Der kriegt schon so. Okay, ähm. So, das passt schon so. Da kann ich nix dazu machen. Okay, egal. Ähm. Naja, egal. So. Hellhounds. Ich weiß gar nicht. Outsider. Outsider. Eyeball. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt verändern kann, also. Ich kann einfach nur die Familie ändern, oder was? Aber ich kann nicht bei ihm auch irgendwie was verbessern. So. Ja, komm. Ich bin einfach mal da. Ich kann nicht mehr aufnehmen. Okay. Ich bin nicht mehr zufrieden, oder? Ja, ich kann nicht mehr zufrieden, oder? Ich bin nicht mehr zufrieden, oder? Ja. das machst du nur hinten so jetzt muss er noch andere ins Leben die Kultus Sonnenscheid nicht genug auf jeden Fall nicht genug ja, dann ruhe ich mich jetzt aus und wende ich hier den Part hoffentlich nächstes Mal damit wenige Unterbrechungen das werden wir ja aber sehen das heißt auf Wiedersehen Leute bis zum nächsten Mal